Eine ganz tolle Atmosphäre, es ist, ja, auch das ist wirklich toll, wie die Gruppe miteinander umgeht und das haben wir letztendlich Daniel zu verdanken, wie er eben uns anleitet, die Art, wie er die Inhalte darstellt, wie er erzählt, es ist keine Sekunde bisher langweilig gewesen und man ist hochkonzentriert und trotzdem unglaublich viel gelacht und man hat Spaß und diese Art von Seminar habe ich so noch nie erlebt. Mein Name ist Wilke Carsten, ich bin 46 und Mutter von zwei Jungs, die sind 9 und 11 und ja, ich komme aus Bonn und bin Coach für Mütter und für Familien. Beim IPE bekomme ich schon länger den Newsletter, also ich habe es irgendwann mal beim Surfen einfach im Internet gefunden und ja, kam über mein Müttercoaching irgendwie nochmal darauf, eben auch was für Kinder zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass das Ganze dann oder mein Angebot einfach rund macht und ja, ich habe mir im Internet diese Videos angeguckt, diese Interviews und dachte, wow, die erzählen alle so begeistert davon, also hat mich schon wieder fast skeptisch gemacht und dann dachte ich, okay, wenn 50% davon wahr sind, dann ist das schon super und ja, habe mich einfach angemeldet und ja, es ist toll. Ja, gelernt habe ich hier unglaublich viel, Daniel stellt halt wirklich ganz tolle Methoden vor, ich kann gar nicht sagen, welche mir jetzt am allerbesten gefällt, weil jede ist irgendwie total spannend und interessant. Ja, dadurch, dass wir das alles selber an uns üben, ist es einfach so nah und man hat nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil man es jetzt wirklich mit Kindern oder mit anderen Menschen angekommen hat, das ist toll.